Die heutige Geschichte trägt den Titel Diese Geschichte ereignete sich vor langer, langer Zeit. Es war dies ein Zeitalter, in dem Mensch und Natur in Einklang miteinander lebten. Damals war dem Menschen noch bewusst, dass viele Stimmen nicht die Weisheit besaßen, einen Vertreter für das Volk zu wählen, der für einige Jahre die Geschicke des Volkes zu lenken hatte. Also wurde diese schwierige Aufgabe einem Komitee übertragen. In diesem Komitee saßen die Ältesten und Weisesten aller Naturgeister sowie die geistigen Helfer und Führer der Menschheit. Nur sehr alten Seelen war es erlaubt, die Stimmen dieses Komitees zu hören und aufgrund ihrer Erfahrungen wurde dieses Privileg niemals von den alten Sehern der Menschen missbraucht. So begab es sich eines Tages, dass der Älteste aller Seher, Konluxias, vor dieses Komitee gerufen wurde. Konluxias vernahm die vertraute Stimme des ältesten Baumgeistes in seinem Inneren. Lieber Konluxias, alter Freund, hiermit gebe ich dir die Namen der neuen Auserwählten, von welchem euer Geschick zwei Jahre lang gelenkt werden soll. Mag dich auch die Wahl verwirren, so wisse, wir handeln stets zum Wohle aller Wesen. Die eine Eala, genannt Schwanenkind, findest du beim Volk der Flüsse, weit unten in den südlichen Regionen. Sie soll die erste sein, die in den Kreis der Bäume tritt, um das Zeichen ihrer Stärke der Erde zur Prüfung zu übergeben. Nach dem zweiten Menschenkind suchst du im hohen Norden bei jenen, die einst lernten, in der Kühle des Eises zu leben. Sein Name ist Art, der Bärenbruder. Nach diesen beiden Menschenkindern lass es schicken, eine hohe Aufgabe erwartet sie. Konluxias verneigte sich und dankte dem Baumgeist für die Kunde des Komitees. Sofort ließ er Boten in die beiden Regionen aussenden. Ich bin zum Regenten vorgeschlagen. Art konnte es nicht glauben, als er das Schreiben von Konluxias in seinen Händen hielt. Es stimmte schon, er war ein begabter Spurenleser und fand sich auch im ewigen Eis des Nordens gut zurecht. Aber war er deshalb zum Regenten geeignet? Und was war mit diesem Regentschafts-Symbol gemeint, welches er mitbringen sollte? Der Kurier des Konluxias erklärte die Art der Tradition. Seit der Mensch in dieser Welt zu Gast ist, hört er immer auf den Rat der Ältesten. Und dieser hat mit allem Leben einen Pakt geschlossen. Jeder, der die Menschen führen soll, muss im Kreis der Bäume ein Symbol niederlegen, welches für seine Regentschaft steht. Der Kandidat wählt dieses Symbol selbst und der Kreis der Bäume überprüft dann die Absichten, die sich hinter diesem Symbol verbergen. Denn ein Mensch vermag einen anderen Menschen zu täuschen, wenn er es darauf anlegt. Ein Mensch vermag jedoch niemals einem Baum zu hintergehen. Dafür ist der Mensch nicht weise genug. Wähle dein Symbol also mit Bedacht, junger Mann. Auch Eala war sehr erstaunt über die Kunde. Es tat ihr leid, ihre Heimat hinter sich lassen zu müssen. Doch sie empfand es auch als eine große Ehre, in den Kreis der Bäume gerufen zu werden. So machten sich die beiden Kandidaten auf den Weg zu Konluxias. Nach drei Wochen trafen Eala und Art bei Konluxias ein. Der alte Seher begrüßte die beiden herzlich, auch wenn er darüber erstaunt war, wie jung die Auserwählten waren. Zur Ankunft hatte der Seher ein Festmahl vorbereiten lassen. Art verliebte sich sofort in einen großen Topf voller Honig, denn Honig war im hohen Norden nicht bekannt. Auch Eala labte sich voller Genuss an den fremden Speisen. Als die beiden satt waren, sagte Konluxias, es ist nun Zeit, den gegenwärtigen Regenten aufzusuchen. Ich möchte euch beide kennenlernen. Der Regent saß auf einem einfachen Stuhl, den man sich auf den ersten Blick gar nicht als Thron vorstellen konnte. Doch nach und nach, wenn man genau hinsah, erkannte man, dass dieser Thron aus einer sehr alten Wurzel geschnitzt worden war, die dem Regenten stets das Wohlwollen der Natur versicherte. Der Regent verneigte sich vor den beiden Kindern und begann zu sprechen. Die Zeit meiner Regentschaft läuft ab. Nun wird einem von euch die Ehre zuteil, als höchster aller Diener in den Dienst der Menschen zu treten, zum Wohle aller Lebewesen dieser und auch der anderen Welten, die unser Geist nicht mehr zu erfassen mag. Die Weisheit des wahren Regierens liegt in euch, so wie es in mir schlummerte, als das Komitee mich in den Kreis der Bäume in meinen Dienst berief. Nun werde ich zurückkehren, auf meinen Hof zu meiner Familie und mit ihnen wie zuvor das Land bestellen, denn jetzt soll einer von euch meinen Platz einnehmen. Eala und Art verbeugten sich vor dem Regenten und wussten nicht so recht, was sie darauf antworten sollten. Konluxias fühlte ihre Unsicherheit und begann zu sprechen. Nach außen mögt ihr Kinder sein, gerade erst zwölf Jahre alt. Dennoch fühle ich in euch eine tiefe Weisheit, die ihr im Laufe von Jahrhunderten erworben habt. Begegnet nun eurem Schicksal. Lasst uns in den Kreis der Bäume treten. Eala und Art verließen mit Konluxias die Halle des gegenwärtigen Regenten und begaben sich zum Kreis der Bäume. Als sie dort angelangt waren, fragte sie Konluxias, was habt ihr als Symbol eurer Regentschaft gewählt? Eala zog eine große, weiße Feder aus ihrem Gewand. Diese Feder schenkte mir einst ein Schwan, den ich über den Winter gesund pflegte, weil er sich in einem Zaun seinen Flügel verletzt hatte. Sie ist das Symbol der tiefen Verbundenheit mit allen Lebens, welche, obwohl durch Zäune behindert, alle Zeiten bestehen wird. Art zog ein altes, rostiges Schwert aus der Scheide. Dieses Schwert lehrte mich einst, wie vergänglich die Macht des Schwertes ist, wenn man es nicht im Einklang mit der Natur führt. Eine Feder und ein Schwert, lächelte Konluxias. Eine wahrlich eigenwillige Kombination. Nun denn, Bärenbruder und Schwanenkind, tretet ein in den Kreis der Bäume und bringt eure Gaben dar. Als die beiden den magischen Kreis der Bäume betraten, überkam sie eine andächtige Stimmung. Zuerst legte Eala die Feder in die Mitte des Baumkreises, danach steckte Art das Schwert in die Erde. Da begann der Wind, um die Bäume zu wehen, und ein goldenes Licht umgab den Baumkreis. Man konnte im Wind Stimmen vernehmen. Aus Kindern werden Könige. Dies ist ein gesegnetes Land. Und als die Stimmen verklungen waren, rankten sich Efeu und Butterblume um die Gaben. Kurz darauf wurden diese vergoldet wieder hervorgebracht. Das Licht der Sonne leuchtet euch während eurer Regentschaft. Nehmt nun diese Gaben erneut an euch. Da vernahm das Geschlecht der Menschen die Wahl des Komitees. Beiden gebührt die Königswürde. So lasstet in den nächsten Jahren Schwanenkind und Bärenbruder eure Anführer sein. Denn sie sind reinen Herzens und voller Weisheit. So sprach das Komitee der Höchsten. Und den Menschen war wieder eine Zeit des Friedens und des Wachstums gegeben worden. Dies geschah vor langer Zeit. Als der Mensch noch wusste, wo sein Platz auf dieser Erde zu finden war. Lautes Raum 7 pot 15 15 0 16